Geklatscht wird zum Schluss. Wenn Sie Kenner sind, klatschen Sie in den Schlussakkord rein. Am besten bevor er das vergisst, der Angesetzer klatschen Sie rein, damit der Dirigent vorne merkt, mein Fresse. Der Typ, der ist im Rang A, der kennt das Stück aber ganz genau. Strahlend ist der Fröhling erschienen. Mit Sicherheit kennt sie Philipp Geklatsch und wenn sie ihn nicht kennen, dann kennt sie ihn trotzdem. Denn er hat ja wirklich wahnsinnig viel gemacht. Übrigens dieses Violin-Konzert, sein zweites Gehörstherrn, die American Force Hins, hat er für Robert McDuffie komponiert. Bravo!